Ahoi und liebe Grüße an die Internetgemeinschaft. Heute ist Fest der Vielfalt in Villach und zwar noch bis 23 Uhr. Hier ist gedroschenvoll, hier sind tausend Leute, jede Menge Musik, die Buntheit wird gefeiert. Einmal schön, wenn das in den Mittelpunkt rückt, das Miteinander und nicht das Gegeneinander. Ja, schaut vorbei, ich bin noch eine Weile da. Bis bald, Ahoi!